so und damit wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft metro 2.0 es geht weiter nach einer woche bau phase ist mal wieder ordentlich was neues dazu gekommen und das möchte ich auf gar keinen fall vorenthalten und das werde ich auch euch zeigen ihr habt bestimmt schon das ganze auf der overview map gesehen diese ich seit letztem beziehungsweise vorletztem video zur verfügung gestellt habe über den link unten in der video beschreibung darüber könnt ihr euch eine 3d map anschauen für die leute die es noch nicht wussten wo man heimbach sieht die ist nicht immer erreichbar wie ich bereits erwähnt habe wegen nitrado und genau da die map immer statisch ist muss ich sie immer wieder updaten und das habe ich jetzt vor ein paar tagen dementsprechend gemacht und da habt ihr schon noch so ein bisschen gesehen was alles neu dazu gekommen ist und das möchte ich euch jetzt auch natürlich im spiel zeigen wie das ganze aussieht denn auch bei der 3d map sieht man nicht immer alles und es ist auch immer schön das ganze dann wirklich ingame zu sehen und wir fangen da auch direkt an und zwar ist das hier im bereich zu ich habe ja hier schon in die richtung weiter gebaut und habe hier die ganzen häuser ergänzt in richtung miesburg entlang der straßenbahnstrecke und habe dazwischen die straßen ergänzt damit man auch so ein bisschen weiß wie es dann nach hinten weitergeht hier sind auch schon grundstücksformen vorgefertigt dass hier ist ein haus von racing point gamer diesen bereich hier kennt ihr alle schon und hier geht es dann rüber von miesburg bis nach ostend und ich habe so ein bisschen mit häusern ein kleiner rahmen geformt von sozusagen miesburg und ostend zusammen wie das bald dann auch aussehen wird und das wird dann wie folgt sein genau ich habe hier diesen kleinen block fertiggestellt mit diesen häusern von racing point gamer und von mir beziehungsweise die sind hier alle von racing und game außer die drei die habe ich gebaut hier ist diese polizeiwache die habe ich auch schon gezeigt dann habe ich hier ein haus ergänzt auch ein haus in l-form mit einem dachstuhl bzw einem dachstuhl der eingebaut werden kann ja hier steht auch ein bett drin und mit einem kleinen schönen vorgarten auch ist dieses haus sehr passend und genau hier neben steht diese riesen villa und genau das ist auf jeden fall das was ich bei ostend geändert hat das alles kennt ihr bereits schon genau dann hat sich einmal hier was geändert nämlich die alte nordrampe ist weg ich möchte aber nichtsdestotrotz diese strammhalle stelle immer noch alte nordrampe dass es so bleibt dass die weiterhin so heißt auch wenn hier keine alte nordrampe mehr ist aber dass man sozusagen ein andenken hat und das ist dann eine station dessen name tatsächlich auch eine geschichte hat nämlich dass hier früher auch wirklich eine alte nordrampe gewesen ist auch wenn von der jetzt überhaupt nichts mehr zu erkennen ist die habe ich komplett zu gemeißelt von der ist gar nichts mehr da so dann genau ich bin mir nicht sicher ob ich diese häuser bereits schon gezeigt habe ich denke mal schon und genau hier war ja dieses ganz am anfang dieses große hässliche haus was eigentlich mein haus werden sollte das ist jetzt weg hier hat sich insoweit nichts verändert das hier ist der s bahnhof und das viertel wird einfach immer größer und somit auch immer schöner dann einmal habe ich in diese richtung weiter gebaut in richtung zu und dann die ecke von miesburg die auch schon so ein bisschen angerissen wurde was die infrastruktur angeht hier haben wir aber diese kleine seidenstraße und dann habe ich hier neben die tunnelrampe diese ganzen häuser platziert die sind eigentlich relativ gleich außerhalten mit den außenwänden außen texturen diesen überall anders auch auf jeden fall ganz schön kann man sich nicht einrichten auch im zimmern und so weiter da das grundstück halt ausgefüllt ist vom haus ist nicht sonderlich viel platz für wie nennt sich das die die einrichtung außer natürlich bei dem hier da ist das grundstück ein bisschen größer bedingt der form der tunnelrampe die ist ja hier ziemlich besonders feiere ich eigentlich auch bis heute noch dass hier noch während der zug aufsteigt oder absteigt sich der abstand zwischen den schienen vergrößert damit man dann hier auf den mittelbahnsteig der station so kommt dazu kommen wir auch gleich denn ich habe station so jetzt halbwegs integriert die andere seite muss noch gemacht werden ich weiß nicht ob ich auf diese schmalen streifen ein beziehungsweise dass ich auf diesen schmalen streifen grundstücke bauen möchte oder natur oder sonst was da muss ich mir auf jeden fall noch was überlegen und hier ebenso aber ich habe auf jeden fall jetzt hier einen parkplatz errichtet auf jeden fall so dass das passt die parkplätze bei tram stationen sehen ja anders aus die sind hier nicht aber bei anderen tram stationen das kennt ihr bestimmt hier haben wir ein beispiel da ist der parkplatz wirklich zwischen einer straße und der station in einem sehr weiten abstand hier ist das ein bisschen anders hier ist der parkplatz auf der seite der straße und die einfahrten befinden sich jeweils links und rechts da ist hier sowieso keine verbindung zur station gibt dafür gibt es ja diesen eingang der ist jetzt hier auf jeden fall integriert dann habe ich da hinten einen unter eine unterführung errichtet damit man auch ohne zu bezahlen wie bei westerfeld die straße die seiten wechseln kann ohne unnötig ein dollar zu bezahlen obwohl man gar nicht fährt so sieht das auf jeden fall aus und für die leute die es nicht wissen hier war früher tatsächlich der abzweig in richtung miesburg davon ist inzwischen halt wirklich auch gar nichts mehr zu erkennen dann habe ich natürlich ein bisschen bepflanzung eingebaut natur ist mir halt sehr wichtig das wisst ihr bereits alles schon hier eine weitere ausfahrt zum parkplatz und der parkplatz soll auch natürlich auf jeden fall dem zoo selber dienen da bin ich gerade noch mit mir selber am debattieren und das ist auch das was mich vom bau von miesburg hält da ich nicht mich noch nicht entschieden habe wo der zu im endeffekt hin kommt ob der jetzt hierhin kommt an die bahnstrecke dann würde der zu sich aber ein bisschen in die länge ziehen das würde ich jetzt persönlich nicht so schön finden aber der vorteil wäre dann dass der zoo auf der seite vom parkplatz ist klar wir haben eine unterführung trotzdem wäre das natürlich schön wenn es auch auf der seite wäre oder ich würde den zoo hierhin bauen der würde dann sehr in die breite gehen und man hätte hier dann auf jeden fall sehr viel platz und dann würde die siedlung hier ein bisschen weitergehen und wie man merkt hier hat man haben wir ja schon diese reihe häuser gehabt und dann habe ich hier natürlich die reihe fortgesetzt das sind andere häuser als die da drüben die sind auch eigentlich ganz nett eingerichtet ich benutze jetzt höhen und tiefen so finde ich das auf jeden fall auch sehr sehr schön und das sieht nicht so eintönig aus wie als würde man das jetzt alles auf einer höhe bauen das auf jeden fall sehr schön hier auch steht ein bett und der innenraum ist etwas kleiner als da hinten diesmal mit einem einzelnen fenster vom dachstuhl und das haus natürlich geklont bis hierhin da habe ich eine kleine grenze gesetzt hier ist die unterführung die dann direkt nach wiesburg führt und das hier ist die hauptstraße die nach hagen geht genau hier hat sich das jetzt nicht ganz ergeben hier habe ich aber natürlich das grundstück erweitert und den platz genutzt um eins meiner lieblings deko einrichtungen einzufügen nämlich ein teich mit fischen selbstverständlich also entweder habe ich vergessen die fische zu platzieren oder die fische sind gestorben ich weiß allerdings nicht wie deren lebenszyklus in minecraft aussieht es kann sein dass sie natürlich aufgrund eines nahrungsdefizit ist nicht überlebt haben aber da habe ich leider keine ahnung und hier geht es dann weiter und wie man so ein bisschen erkennen kann das ist jetzt so der rahmen das hier ist die eine seite das hier ist die andere seite und hier zwischen da fehlt noch alles auf jeden fall hier muss alles gemacht werden und hier und wenn das alles dann fertig ist dann hat man ein riesiges viertel was über die zeit entstanden ist und ich freue mich unfassbar sehr dass es dann irgendwann da ist denn dann geht es auf jeden fall richtig los und dann möchte ich auch auf jeden fall in diese richtung bauen in richtung zentrum dass ich dann irgendwann auch hier mit diesem gebiet anschließen kann das ist das allererste gebiet was hier gewesen ist und das gehört auch schon teilweise zum bezirk stadt mitte hier möchten wir natürlich das ganze nicht vergessen solche häuser möchte ich auf jeden fall auch häufiger bauen die sich ein bisschen der straßenform anpassen da hatte ich natürlich noch einen ganz anderen stil an bauart baustil die man auch immer man das nennen kann den möchte ich auf jeden fall wieder hervorrufen und so weiter bauen und auf jeden fall hier noch ein bisschen integrieren was auch die u-bahnstation angeht hier muss man auch schauen was hier hinkommt vielleicht eventuell ein weiterer parkplatz oder noch mehr infrastruktur und dass man natürlich jetzt die form mit den hecken also diesen hecken wie sie ein miesburg massenhaft vorhanden sind bei fast allen grundstücken so hier anschließt dass das schön aussieht denn das hier sieht völlig anders aus hier sind zäune teilweise gar keine absperrung und dann aus dem nicht sein weg dann ist natürlich sehr wichtig hier sind wir auch lange nicht mehr drin gewesen nutze ich einmal kurz die möglichkeit den einmal zu zeigen genau das ist auf jeden fall glaube ich alles was sich geändert hat ich schaue noch einmal kurz drüber genau ostend ist größer geworden ich habe so ein bisschen mit häusern markiert was als nächstes sehr stark gebaut wird nichtsdestotrotz möchte ich natürlich schauen jetzt hat sich so ein bisschen halt das blatt gewendet jetzt baue ich sehr viel infrastruktur es macht unfassbar viel spaß wenn ich einmal wirklich drin bin dann komme ich da auch teilweise nicht mehr raus es ist wirklich eine bausucht ich setze mich immer abends hin und bin immer der meinung ich muss jetzt mindestens zwei häuser bauen damit ich ein stückchen weiter komme weil es ist für mich immer immer und immer und immer wieder ein kleiner schritt richtung fertigstellung beziehungsweise macht es einfach löst ein schönes gefühl aus und ich freue mich unglaublich sehr heimbach dann irgendwann zu sehen wie es dann eine vollständige stadt ist und ich möchte natürlich weitere städte bauen ich möchte ein ganzes land aufbauen ich möchte landesgrenzen haben ich möchte mehrere nachbarländer haben die dann wiederum mit städten ich denke auf jeden fall sehr sehr groß in diese richtung ich möchte bundesländer in diesem land haben was ich da gerade baue ich möchte eigene verkehrsunternehmen haben die verschiedene strecken bedienen über land strecken s-bahn strecken eigene s-bahn netze in anderen städten tram netze u-bahn netze übergreifende linien wie regional züge die vielleicht nur so um eine station in ein anderes land reinfahren dann fernverkehrsverbindungen zu diesen ländern oder auch innerhalb von diesem land also eigentlich alles so wie es in der realität ist das wird sehr sehr lange dauern und das ist aber auf jeden fall mein ziel auf lange sicht gesehen und ich werde auf jeden fall alles tun um das zu erreichen denn das ist sehr gut umsetzbar mit dieser mod ich bin unfassbar glücklich dass ich die habe und es wird auf jeden fall sehr sehr schön aussehen und es wird sehr interessant sein in diesen städten zu wohnen und natürlich auch die öffentlichen verkehrsmittel zu nutzen dass man dann so ein bisschen halt die realität hier nachspielen kann und das ist auf jeden fall ein sehr sehr kleines miniaturprojekt ja das war leider wieder auf das heißt leider nur infrastrukturelle änderungen ich werde mal gucken ob ich jetzt eine linie verlängere eine station umbaue oder irgendwas bezüglich des netzes mache auf jeden fall steht s-bahn auf hoher priorität da muss sich auf jeden fall jetzt bald was tun auch wenn es da noch nicht viel infrastruktur gibt und ich habe da was angerissen ich überlege gerade ist schon zu spoilern oder nicht ich glaube ich tue es einfach mal und zwar ich habe so ein bisschen linie 3 im blick und zwar richtung norden über isolator weg hinaus da überlege ich mir gerade wie ich das verlängern könnte ohne dass das komisch aussieht mit den s-bahn strecken und der linie 4 die sich da ja auch in der nähe befindet ich werde nicht die linien miteinander verknüpfen das ist nicht das was ich vorhabe aber da wird mir auf jeden fall was einfallen bin ich mir relativ sicher habe auch schon ein bisschen was angebrochen aber das sehen wir dann auf jeden fall im nächsten video ich bedanke mich natürlich wie immer ganz herzlich fürs zuschauen gleich das video wenn es euch gefallen hat abonniert dann verpasst ihr auch nichts mehr und dann sehen wir uns auf jeden fall nächsten montag